Roland Kaiser hat eine Nachricht erhalten, die ihn wirklich schockiert. Für normal ist er ja immer gut gelaunt und hat einen tollen Spruch auf Lager. Nur nachdem er diese SMS-Nachricht erhalten hat, ging es ihm wirklich für acht Tage schlecht. Sein bester Freund aus Kanada hat eine schwere Krankheit, die nicht heilbar ist. Die Freundin von ihm hat auch eine schlechte Nachricht erhalten. Sie darf nicht mehr aus dem Land ausreisen, weil es heißt, sie ist verurteilt wegen zu schnellem über die Straße gehen. Aber das Krasse ist sein bester Freund aus Kanada. Muss jetzt schnell eine Spender-Niere finden. Und ein Blutist hat gezeigt, die Niere von Roland Kaiser passt nicht. Schon zwei Jahre sucht er danach aber findet keine. Sollte er in der nächsten Zeit keine bekommen wird seine Schwester einspringen müssen, wie Informationen aus erster Hand zeigen. Soll es mittlerweile aber möglich sein eine Spender-Niere zu kaufen. Hierbei wandte sich der Freund an Roland Kaiser, weil er weiß, er hat viel Geld, denn so etwas ist nicht günstig. 80.000 würde eine Spender-Niere kosten. Roland hat nicht lange überlegt und flog nach Kanada und hat dort mit dem besten Freund die Spender-Niere gekauft. Als Dankeschön durfte er kostenlos in einem Hotel seiner Wahl übernachten, denn sein Freund besitzt zwar Geld, aber leider keine 80.000. Er ist froh, dass er Roland Kaiser als Freund hat, so kann er überleben. Und Roland Kaiser ist froh, dass er in der glücklichen Lage ist ihm zu helfen.